Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Kommt zu Nvidia, aktuelle Marktkapitalisierung 2,28 Billionen US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 37, ein derzeitiges KGV von 76, bei einem erwarteten KGV von 30 und einer aktuellen Shortquote von ca. 1,2%. Kommt zu Nvidia, heute ca. 4% Impuls und ist hier jetzt auch aus dem Level ausgebrochen, worüber wir gestern im Big Tech Update gesprochen haben. Nvidia über 900 US-Dollar, dann durchaus gut für eine Rallye in Richtung 29 bis 9,40. Die Aktie ist so bullish, die holt das dann direkt auch im ersten Impuls gleich ab. Jetzt sind wir mal auf dem Schirm, dass wir jetzt angekommen sind, hier in dieser kleinen horizontalen Widerstandszone, nochmal aus Sicht des Allzeithochs runter, aufs Tief der Korrektur ist. Hier ist 78er Fibo bei 922 US-Dollar, muss man gegebenenfalls mit Schwäche rechnen. Ansonsten hier oben das 88er Fibonacci auf dem Schirmmann bei 944 US-Dollar. Und wir haben uns jetzt hier natürlich, das muss man ganz klar dazu sagen, in die absolut perfekte Ausgangsposition gebracht, um hier, wenn diese Zielzone, muss man sagen, hoffentlich nochmal greifen sollte für Gewinnmitnahmen, dass wir dann hier den perfekten Backtest bekommen, der 900 bis 880 US-Dollar. Und das hatte ich gestern auch schon angekündigt. Wenn wir hier im Rahmen von diesem aktuell jetzt intakten Aufwärtstrend einen Backtest bekommen, dann werde ich hier eine Long-Position aufnehmen bei mir im Depot. so ein bisschen vorsichtig müssen wir sein. Wir sehen am 22. Mai am Mittwoch hier die Earnings bei Nvidia. Bis dahin ist noch ein wenig Zeit, und hier im Bereich von dieser derzeitigen Konsolidierung seitwärts zu gehen. Und ich bekomme hier so ein bisschen, so ein bisschen Vibes, wie wir sie im Jahr 2023 hatten. Konsolidierung und dann letzten Endes auch mit den Earnings eben entsprechend den Impuls, um hier auszubrechen, Konsolidierung. Schauen wir mal, was Nvidia und vor allen Dingen der CEO uns dann am 22. Mai erzählen wird. Also Nvidia aktuell nach wie vor natürlich sehr, sehr weit oben auf jeder Watchlist. Alles andere muss man sagen, wäre Quatsch. Und solange wir hier wirklich jetzt vor allen Dingen seit dem Tief wieder am 19. April an steigenden Tiefs vor allen Dingen arbeiten, ist hier auch der Blick meiner Meinung nach zu richten in die Long-Seite. Jetzt kurzfristig ein bisschen heiß gelaufen, vor allen Dingen hier am Top der Daily Bollinger Bände angekommen und hier am 78er, 88er Fibonacci. Aber wenn wir jetzt aus dieser Rallye, die wir aktuell sehen, den Pullback bekommen, dann meiner Meinung nach durchaus hier die Möglichkeit zuzugreifen. Die Zielzone ist hier zuerst mal im Bereich noch um die 970 und dann natürlich die magischen 1000 US-Dollar, brauchen wir nicht drüber reden. Allerdings habe ich hier durchaus auch noch auf dem Zettel, dass wir das rausnehmen können und vermutlich rausnehmen werden. Und die Zielzone dann übergeordnet für neue Allzeithochs ist im Bereich zwischen 10,20 bis 1100 US-Dollar. Das ist die etwas konservative Zielzone bis zum 161er Extension. Die 200er Extension werden dann im Bereich von 1180 US-Dollar. Aussicht natürlich gesehen des letzten Rücksetzers jetzt hier im April. Die kleine Korrektur, die wir bei Nvidia gesehen haben. Was wir nicht mehr sehen wollen, gehört auch dazu, völlig klar, denn wir sind hier in einer Range und so eine Range muss man auch entsprechend respektieren und bespielen. Übergeordnet, der Make-or-Break-Support ist deutlich tiefer bei 750. Allerdings, wenn man hier vor allen Dingen in Trading-technischer möglicherweise auch ein bisschen gehebelt unterwegs ist, dann spart man sich natürlich so eine Downside, völlig klar. Und deswegen möchte ich hier ganz klar dazu sagen, ich bin jetzt hier aktuell vorsichtig mit frischen Einstiegen. Wenn die uns durchknallt, dann ist es so. Da müssen wir darauf warten, was sie über den 1000 US-Dollar macht. Wenn sie hier konsolidiert, kann man das als neuen Support spielen. Aber wenn sie nochmal zurückkommt und wenn sie uns dann hier eben entsprechend Aussicht von diesem Anstieg jetzt in die Zielzone reinkommt, dann möchte ich bei Nvidia keine Kurse sehen unter 850 US-Dollar und Level drüber. Die sind für mich dann hier durchaus nochmal ein Kaufzeitpunkt. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Starbucks schauen wir uns hier im Chartverlauf an. Zurück bis 2019. Die Aktie wird derzeit sehr viel von euch angefragt und das auch zu Recht. Das ist unglaublich spannend, was wir sehen. Letzte Woche mit den Earnings gab es hier den Absturz bei Starbucks um knapp 20 Prozent. Man muss auch dazu sagen, so ein bisschen diese Consumer Discretionary Sache ist aktuell ein bisschen schwierig. Also eben die Artikel, die man jetzt sich gönnen kann, aber eben nicht zwingend gönnen muss. Und deswegen sehen wir hier eben auch jetzt gerade große Kursschwäche bei Starbucks. Auch die Earnings haben zur Downside überrascht und zwar gerade auf der Gewinnseite mit einem Minus von 14 Prozent, aber auch auf der Umsatzseite mit einem Minus von 6 Prozent. Dennoch kann man sich hier jetzt durchaus mal die Frage stellen, ob das hier nicht möglicherweise ganz interessant sein kann für eine Tranche. Und ich muss klar sagen, ja, grundsätzlich ist das hier interessant. Die Aktie ist im Tagesschart überverkauft, die Aktie ist im Wochenchart überverkauft, die Aktie ist im Achtstundenchart überverkauft und wir bekommen sie hier auch am 88er Fibonacci zu den 2022 Tiefs. Was mir aber nicht gefällt, muss ich auch dazu sagen, dass eben dieser Aufwärtstrend seit dem Corona-Tief klar gebrochen ist. Und das ist auch weiterhin mein Standpunkt. Bricht uns dieses Level hier raus, also brechen uns die etwa 70 US-Dollar raus, dann gibt es hier die tiefen Targets, davon bin ich fest überzeugt, dann gibt es hier die Targets im Bereich um die 50 US-Dollar. Habt das also mal ganz klar auf dem Zettel. Wer es hier tradingtechnisch probieren möchte, der sollte sich hier wirklich diese Zone ganz weit oben auf den Zettel schreiben. Da wollen wir die Aktie nicht drunter sehen. Aber dennoch ist das hier das 88er Fibonacci zu den Tiefs 2022. Das ist hier ein extrem überverkauftes Starbucks und das ist auch kein Stonk, da braucht man nicht drüber reden. Das ist auch vor allen Dingen langfristig natürlich sehr interessant. Und wir sehen hier auch möglicherweise eine kleine Harmonik im Chart. Also lasst uns hier jetzt definitiv mal dranbleiben. Und wir werden die Aktie auch auf jeden Fall in den kommenden Wochen sehr genau beobachten. Das könnte hier ein wunderbarer Einstieg sein, muss man wirklich sagen, aus Sicht der Tiefs 2022. Wenn wir noch ein bisschen weiter zur linken Seite gehen, dann war dieser Bereich schon mal Widerstand, war auch schon mal Support. Und da muss ich dann sagen, ich hätte sie gerne wirklich über diesen 75 US-Dollar, das war hier ein signifikantes Tief im Jahr 2019. Und das gibt uns hier auch gegebenenfalls wirklich ein herrliches Setup. Mit diesem ersten Boden bin ich jetzt hier noch ein bisschen vorsichtig. Drei-Tage-Regel wäre langsam aber sicher durch. Also über diesen 72 US-Dollar könnte man es hier wirklich gegebenenfalls probieren mit einem Einstieg. Seid aber immer auf sowas vorbereitet. Erste Rallye glaubt er nicht, kommt nochmal zurück. Ein Doppelboden dann in einigen Wochen oder Monaten auf diesem Level könnte extrem spannend sein. Und jetzt kurzfristig sage ich ganz klar dazu, wer das hier probieren möchte. Der muss sich im Klaren sein, dass die lokale Preis-Action seit diesem Crash nicht besonders bullish ist. Wir haben hier genau diese 75 US-Dollar als Widerstand getestet, aber sehen jetzt eben hier auch noch keine neuen Tiefs bei Starbucks. Und wenn man hier jetzt aktuell wirklich in unmittelbarer Nähe zu den Tiefs was probieren möchte, stopp würde ich sagen. Ja, ist schwierig zu setzen, weil man eben hier nicht abgefischt werden möchte zur Downside. Aber dennoch ist bei jeglicher Gegenbewegung hier relativ schnell dann auch ein 3 zu 1 Chance Risikoverhältnis erreicht. Also das ist hier im Prinzip nicht der schlechteste Ort, um sie mal zur Longseite zu probieren. Ich bin noch ein bisschen geduldig aktuell, bin aber wirklich am Überlegen, ob ich hier mal eine gewisse Position reinlege. Und wer Starbucks schon immer auch vor allen Dingen in seinem langfristigen Depot haben wollte, vor allen Dingen auch im Dividendendepot, wer sagt, nee komm, das will ich hier dabei haben als Diversifikation, der kann natürlich hier jetzt mal eine erste Tranche reinlegen oder eben auch beginnen hier bei Starbucks im Wohlwollen und auch im Wissen, dass man hier durchaus dann noch mehr Downside bekommen könnte. Da würde ich dann wirklich für einen Langzeit-Investor von Bekommen könnte sprechen. Wenn wir das hier bekommen, dann haben wir wirklich gnadenlos gute Einstiegszeitpunkte, dass man eben hier entsprechend beginnt, einen kleinen Sparplan laufen zu lassen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Marathon Digital, aktuelle Marktkapitalisierung 5,6 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 14,4, ein derzeitiger Jahresgewinn von 259 Millionen US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 48 und einer aktuellen Shortquote von knapp 19%. Mara schauen wir uns hier im 8-Stunden-Chart an und hier muss man wirklich dazu sagen, ist die Preis-Action vor allen Dingen in den letzten Wochen extrem wild und vor allen Dingen auch volatil gewesen. Wenn man es aber aufs Wesentliche runter bricht, dass man einen Stonk, also einen Nebenwert, einen hochspekulativen Ungern unter der 200-Tage-Linie sieht, da muss man sagen, hat Mara hier alles, aber auch wirklich alles richtig gemacht. Das erste Tief, ein kleiner Undercut unter die 200-Tage-Linie, erste Rally, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück und holt sich aber sowas von einen sauberen Doppelboden ab auf der 200-Tage-Linie. Auch gegebenenfalls kann man hier einen Backtest von dem Breakout aus dem Abwärtstrend hier rein interpretieren. Dieser zweite Boden am Mittwoch letzter Woche bei 16 US-Dollar war unglaublich spannend für Mara und seitdem sehen wir auch, dass die Aktie wirklich wie von der Tarantel gestochen anzieht. Im großen Bild seit dem Tief, das wir gesehen haben Ende 2022 und darüber hatten wir auch bei der letzten Mara-Analyse gesprochen, wenn ihr euch erinnert, da war die Aussage, wir wollen hier im Rahmen von diesen Tiefs uns hier auf jeden Fall im großen Bild ein höheres Tief abholen. Ich hatte grundsätzlich auch hier eine Harmonik auf dem Schirm, die ganz tief runterkommt, aber man muss hier jetzt einfach dazu sagen, dieser kleine Dip unter die 200-Tage-Linie und natürlich jetzt auch die Stärke im Kryptomarkt, keine Frage, haben wir jetzt dafür gesorgt, dass sich Mara hier einen herrlichen Doppelboden gebaut hat. Wir sind heute mit der 8-Stunden-Kerze auch wieder zurück über diesen kurzfristigen Aufwärtstrend seit Dezember 2023. Fällt mir durchaus gut, auch wenn er aktuell verletzt wurde, hat hier interessante Berührungspunkte, hatte schon mal einen gewissen Doppelboden, der zu einer massiven Rallye geführt hat. Danach gab es die Kapitulation, kleiner Doppelboden drunter und jetzt schauen wir mal, was aus der Situation hier werden kann bei Mara. Meine Projektion ist völlig klar, ich sehe hier jetzt durchaus mehr Aufwärtspotenzial bei der Aktie. Zielzone ist für mich der Bereich zwischen 24 und 27 US-Dollar. Das ist hier das 50er bis 61er Fibonacci, der Downside seit dem Hoch im Februar 24 runter ans Tief. Was ich nicht mehr sehen möchte, liegt auch komplett auf der Hand, keine Kurse mehr unter der 200-Tage-Linie. Im Prinzip muss man hier nach wie vor so ein bisschen aufpassen, haben hier eine kleine Bearflag-Impuls, Korrektiv-Impuls, deswegen prinzipiell hier kein Bruch unter diesem kleinen Channel. Wenn man es sich als Channel einzeichnen möchte, dann nehmt ihr die Tiefs, zieht es an die Hochs ran und dann sehen wir, dass wir jetzt langsam aber sicher auch eine Mara hier am lokalen Widerstand bekommen. Deswegen sieht meine Projektion jetzt hier auch durchaus nochmal völlig sorgenfrei einen kleinen Dip vor, der für mich auch durchaus im Kryptomarkt sehr, sehr gerne nochmal kommen darf, dass wir nochmal ein bisschen Schwäche reinbekommen, vielleicht nochmal ein bisschen Volatilität reinbekommen. Hier jetzt auch die 50-Tage-Linie bei Mara. Der 8-Stunden-Chart ist jetzt bei 64, ist jetzt ein bisschen heiß gelaufen, aber nicht besonders heiß gelaufen. Tages- und Wochen-Chart haben Platz und werden meiner Meinung nach auch diesen Platz in den kommenden Wochen hier ausnutzen. Also, wenn uns Mara nochmal ein Pullback zeigt, zurück in die Zone um die 17, 18 US-Dollar, ist das für mich nochmal eine Gelegenheit hier im Rahmen der 200-Tage-Linie nachzulegen und übergeordnet mittelfristig. Zielzone, wie gesagt, 24 bis 27 US-Dollar, konservativ als Zielzone. Die 32 US-Dollar wären hier ein bisschen ein aggressiveres Target, das ist dann hier im Bereich der Hochs. Und die Zielzone für neue Hochs bei Mara aus Sicht des aktuellen Rücksetzers, die sehen wir dann hier zwischen 40, gegebenenfalls 46 Prozent, und das große 61er Fibonacci, gemessen an der gesamten Downside des Krypto-Bärenmarkts, sehen wir dann hier sogar bei etwa 52 US-Dollar, was wir, wie gesagt, nicht mehr sehen wollen, falls es hier den Pullback geben sollte. Die 200-Tage-Linie, die muss bei Mara halten und das gilt meiner Meinung nach langfristig. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.